Ich muss da rum. Zurück zu Joel. Wir haben sozusagen deren Leute dezimiert. Jetzt müssen wir uns ein bisschen darum kümmern, dass wir die Weide dezimieren. So, ich guck mal, ob ich hier irgendwo rundherum sehen kann. Glaube aber tatsächlich nicht. Lass mal hier durchgehen durch die Häuser, wo wir irgendwas machen können. Lass eine Tür, da können wir durch. Hier ist auch eine Tür, gehen wir mal durch. Alles durchsuchen. Vielleicht finden wir noch ein paar zusätzliche Sachen, die wir gebrauchen können. Auch niemals verkehrt ist. Nee, nicht. Aber kann ich mal rausgucken, was da draußen irgendwie ein Gegner ist? Die kommen hier wahrscheinlich gleich reingeschlichen. So ein bisschen aufpassen hier. Da kann ich was tauschen. Der Backstall ist auch nicht schlecht in der Hand. David wollte sie leben. Er kann das nicht bestimmen. James hat gesagt, dass du das bei der Uni warst. Wie viele von uns sind dort gestorben? Oh Mist. Das wusste ich nicht. Scheiß auf David. Ich lass es nicht drauf ankommen. Ich will das erledigen und heimgehen. Geh mir den Arsch an. Lass noch einer. Okay. Er ist da. Lass noch einer. Ich dachte, ich könnte die vielleicht mit den Bögen so ein bisschen ausschalten, wie die schön leise sind. Das ist ja wie ein Schalldämpfer sozusagen. Warte, wo muss ich denn wirklich... ...aufpassen, dass ich mich nicht sehe. Wer kommt hier rein? Boah! Hey! Okay. Verschneiden wir aus. Neue Waffe. Die Pumpkanne. Okay. Und ein Pfeil. Also mein Pfeil wieder, ne? So, wir verstecken hier. Der geht da unten längs. Könnte ich von da hinten außen locken, oder? Der ist wieder drüben. Verdammt, sie ist weg. Wir teilen! Warte mal gucken. Ich glaube, wenn ich jetzt so mache, werde ich ihn direkt in die Fresse schießen, wenn ich über die Ecke komme. So. Okay. Das müsste der andere eigentlich sehr sehen, dass sein Kollege da liegt. Kommt der hier hoch? Ja, klar kommen wir hier hoch. Dafür salz, du kleines Miststück! Weitersuchen. Okay, noch kommt er nicht hoch. Auch jetzt. Hey, sie ist gedrückt! In dieser Hütte! Okay. Einer kommen gerade nicht. Wir können vielleicht die Munition nochmal nachholen, die wir da verloren haben. Und zwei, okay. Warte mal. Noch mehr? Bestimmt, aber... Das ist ja ein Tier jetzt mal erledigt. Oh Gott, wie viele sind es? Mein Gott, Joule wird so stolz auf mich sein. Oh. Okay. Okay. Das ganze Munition verschwenden ist auch irgendwie albern. Ich sehe hier nicht weiße Schatten. Das heißt... Ey, wo sind die noch? Jetzt mal hier reinschleichen. Ich sehe hier nicht. So... Noch sehe ich nichts. Und testen noch mal. Hm. Muss noch hier irgendwo sein. Kolla, die liegt ein ganzer Arm. Da drüben höre ich die Stimmen. Da drüben muss einer sein. Wieso sehe ich die denn nicht? Bedammte Axt. Wieso? 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 Sie ist nicht hier drüben. Flim. Und wo sind sie? Die Frage, wie man den bekommt. Mit einem gezielten Schuss? Oder? Lieber Rosen 2 sogar. Jetzt habe ich irgendwas im Hals. Na toll, das passt ja super. Hm. Oh, die haben beide gar nicht mehr. Ich habe ihn noch mit dem Bogen bekommen, da. Jawohl, dahin. Ich schieße nochmal hier rüber. Vielleicht muss ich die andere Waffe sicherheitshalber nehmen. Ich meine, ich habe ein bisschen Angst, dass ich Okay. Das war richtig dumm. Halt. Ich habe das was trinken hier. Oh. Halt. 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 So, gucken wir mal, ob wir hier weiterkommen. Da waren wir nicht längs. Jetzt bleiben wir nochmal hier raus. Können wir noch rauskommen noch? Da gibt es noch ein paar Sachen. Vertauschen wollte ich nichts. Da sind die Beine. Da ist der eine, da ist der andere, okay. Aufpassen. Ich will nichts sehen, aber ich könnte vielleicht und das sieht nach Ausgang aus. Was? Oh, die Scheiße! Verdammt! Komm schon! Ich frage, welchen Weg er geht, ne? Oh, cool, er geht da längs. Gucken wir mal um die Ecke. Das bringt nichts. Müssen wir von einer Seite killen. Los, komm raus, du Dreckstück! Jetzt der reingekoppelte Affe? Ja. Durchklagen. Hat er was fein gelassen? Natürlich nicht. Keiner von denen. Hat er was fein gelassen? Oh, da ist noch Munition. Gut, Moment. Jetzt puh ich noch mal ganz kurz in die Hütte hier. Müsste ich nicht, aber wer weiß, ob ich noch ein paar Sachen finde, die ich gebrauchen kann. Wo ist das hier zum Beispiel? Gut, dann lass mal rausgehen hier. Auch noch was im Boot hier? Nope, nichts mehr. Okay, dann müssen wir da hoch. Okay. Können wir hier längs gehen wahrscheinlich, ne? Der drauf. Oh, das sieht doch gar nicht gut aus. Das sieht doch gar nicht gut aus. Ja. Schwimmen kannst du mich nicht. Schwimmen können wir leider nicht. nochmal die Handfeuerwaffe. Alles andere verschwenden. Ja, das sieht schon ganz gut aus hier. Da geht's runter. Aber ich glaube nicht, dass es das mit den Gegenden waren. Da kommt bestimmt noch ein, zwei Leute. Okay. Oh, nee. Jetzt, wenn wir direkt am Ende des Rohrs, schnappt das jemand. Okay. Können wir noch was finden? Und so liegen ja ein paar Sachen rum. Hier liegt... Das ist echt was rum. Guck mal hier. Ist das ein Comic? Cool. Wir lieben Comics. So, jetzt längs. Okay. Oh, da komm ich nicht durch. Ne, da kommst du ja nicht durch. Oh, jetzt werden wir geschnappt. Oh, nein. Ich habe immer Angst, dass irgendwas passiert. Das ist jedes Mal so. Kann ich da rausziehen? Okay, vielleicht reicht das ja schon. Ah, tatsächlich. Oh, das war ein minimaler Stück, was wir da gezogen haben und trotzdem einen vollen Effekt gehabt. Okay, jetzt werden wir geschnappt. Noch nicht. Ich denke, wir werden hier viel geschnappt. Ich habe immer Angst vor so Erschreckenmomenten. Wohin? Okay. Ich meine, ich bin schon eine eiskalte Killerin, muss man sagen, ne? Ich meine, ich knall die einfach so über den Haufen, die ganzen Leute. Oh, da sind wieder Leute. Okay. Da hinten geht einer. Zwei sogar. Natürlich blöd. Ich bin nicht hier versteckt. Okay. Wie weit kann ich denn noch gehen? Eins, zwei, drei wäre das sogar. Drei Leute, okay. Drei Leute. Messe habe ich auch noch. Was ja auch nicht verkehrt ist. Und die zwei. Wo ist der andere da hin? Wird er zurückgegangen? Oh Gott, er wird zurück. Ich schnappe uns gleich mal hinten. Nichts, Arschloch. Gleich hier! Ich habe schon viel Munition verbraucht. War egal. Hey, geht außen rum. Da ist der andere hin. Ich muss den noch rumbringen. Oh, bitte, bitte, bitte. Blöde Schlappe. Hey. Wir müssen uns einmal hier... Oh. Ja, ja, warte. Ich glaube, wir müssen uns einmal mit dem Kings Kit machen. Und mal kurz heilen, oder? Ja. Würde ich sagen. Ja, mach mal. Heilen wir uns mal. Bevor wir hier draufgehen, heilen wir uns. Ist... Safe. Gut. Nachladen. Leider nichts beinengelassen, die gute Leute. Die Munition hätten wir gut getan. Ja, es geht eher ums Schleichen und zu töten, aber... Ab und zu nervt das auch. Da möchte man einfach nur rumballern. Wenn die Schüsse sitzen, geht es ja eigentlich auch. Geht ja eher darum... Wenn man irgendwie nicht so treffsicher ist, dann ist es vielleicht nicht so die Gute... Äh, Gute ist die Idee. Beste Idee. Ganz easy. Oh ja. Was ist aus dem Loch? Da geh mal rein. Da geh mal rein. Oh, was kommt denn? Komm, du komm, du komm hier gleich, klick, 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 klick. Nix drin. Ja, warte. Wo geht's hier raus? Ist egal, wir lassen uns erst mal gucken hier ein bisschen. Da gehst du runter? Wollen wir mal runter gehen kurz? Jo, Gott, wohin. Hm. Willst du filmen hier was? Das vielleicht auch mitnehmen? Okay. Ja, okay, okay. Noch hören wir keine Viecher, aber hier sind Viecher garantiert drin. Ähm, kann ich mir voll... Oh, okay. Kommen die rein? Noch nicht. Ist sie da drüben? Hier ist sie nicht. Und jetzt hin, die Affen. Nein, ich schleiche mir bestimmt irgendwo rein. Uh, gut, gut. Oder auch nicht gut. Gucken wir, wie wir hingehen. Ich seh sie! Oh, meinst du, du hast sie nicht gesehen? Mist. Überraschungsangriff. Arsch. Ich seh sie! Ich geh ran! Ja, ich passe auf! Okay. Oh, Mist. Ich geh ran! Oh, Mist. Gib mir Deckung! Hier! Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Mann. Schön wäre es gewesen, einen Headshot zu haben, aber naja. Auch nichts fallen gelassen? Natürlich nicht. Natürlich nicht, weil du ein Arschloch bist. Ich geh ran! Ich geh ran! kann. Okay. Da ist der Ausgang. Okay, aber ich glaube hier da drüben, glaube ich, könnte man auch noch was finden, oder? Hinter dem Counter vielleicht? Nope. Krass, hier ist nichts drin in diesem abgefuckten Haus. Okay. Warte mal, war da was? Hab ich da was gesehen? Ne, schade. Na gut, dann gehen wir raus da hinten durch den Hauptausgang. Na, ist natürlich versperrt, da sind wir was davor. Rüßt noch? Ah, okay. Oh. Rettet mir das Leben? Okay. Anscheinend nicht. Oh. Oh. Oh Gott, das war eine Scheißsituation. Wie fühlst du dich? Super. Hier. Du solltest was essen. Du musst hungrig sein. Du warst lange bewusstlos. Was ist das? Es ist wild. Mit etwas Mensch als Beilage? Nein. Nein, versprochen. Es ist das Hirschfleisch. Es ist ein mieses Schwein. Oh. So ein vorschnelles Urteil. Wenn man bedenkt, dass ihr auch tötet. Wie viel waren's? Die haben uns keine Wahl gelassen. Und du denkst, wir haben eine Wahl? Ist es das? Ihr tötet, um zu leben. Genau wie wir. Wir müssen für uns selbst sorgen. Und tun, was notwendig ist. Na toll, und was jetzt? Werdet ihr mich in kleine Stücke hacken? Nicht unbedingt. Bitte sag mir deinen Namen. Du bist komplett durchgeknallt. Ganz im Gegenteil. Ich war ziemlich ehrlich zu dir. Aber jetzt bist du an der Reihe. Es ist der einzige Weg, die anderen zu überzeugen. Überzeugen wovon? Dass du zu uns passt. Du hast Herz. Du bist loyal. Und besonders. Oh, Mist. Du bist ein kleines Miststück. Du machst es mir wirklich schwer, dich leben zu lassen. Was soll ich denn jetzt den anderen sagen? Ellie. Was? Sage ihnen. Ellie war es, die dir den scheiß Finger gebrochen hat. Wie sagtest du noch? Hm? Kleine Stücke. Wir sehen uns morgen, Ellie. Uh, wir werden halt Beilage gemacht. Ein schönes Ragout. Und dazu eine Chianti. Hat er denn jedenfalls nichts bekommen jetzt? Ach, er hat auch nichts bekommen hier. Antibiotika. Ihr seid gleich wieder fit. Ich bin schon Penicillin. Ellie. Ellie. Hm? So. Spannend, ob Joel Ellie findet. Ähm. Werden wir bald rausfinden. Und zwar beim nächsten Mal. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Hammer in. Tschüssi. Pä benefits. tes l